Du hast keine Lust mehr auf deine eigenen vier Wände, sondern willst aktiv sein und Kindern etwas beibringen? Das spielerische Beibringen von schwierigen Techniken ist für dich überhaupt gar kein Problem? Du bist genau der oder diejenige, die die richtige Balance findet zwischen fachkundiger Anleitung und Motivationsansprache? Dein Kind empfängt nicht so richtig gutes Training in seinem aktuellen Verein und du möchtest daran was ändern? Du bist vielleicht schon Trainer, kommst aber in deinem Verein nicht so richtig weiter und kannst dich auch nicht entfalten? Dann hast du jetzt ein Match mit uns, mit Asuka und Herr Köpenick. Egal wie alt du bist, egal ob du Erfahrung hast, klick in den Link und meld dich bei uns. Bis bald!